Spiel Quellkartoffeln und Dup Dup im Radio. Also kauf ich den Himmel und streich ihn mir blau. Nina Tschuba war das am Mikrofon, ist Mail Roman und ich musste euch heute eine persönliche Geschichte erzählen. Ich saß im Sessel und schnarchte leise und plötzlich träumte ich dies und zwar... Von Quellkartoffeln und Dup Dup, Erbsensuppe und Wurst, Pommes frites mit Ketchup und ein Bier für den Tast. Quellkartoffeln und Dup.